War mal eine Erkenntnis auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall mehr gelernt, als mein Kollege, der in den Garagentor die Farbe abgekratzt hat. Ja, richtig. Um was ging es diese Woche? Du warst bei mir, hast ein Praktikum gemacht und hast keine Ahnung gehabt, was wir vorhaben. Und letzten Endes habe ich dich da ganz schnell mal an den Schopf gepackt und habe gesagt, pass auf, ich brauche dich als jemanden, der mir in dem Moment einfach nur zur Seite steht. Und der da ist und der vielleicht ein bisschen die Kamera dreht und dem ich was erzählen kann und dem ich auch so ein bisschen was vermitteln darf. Vermitteln darf. Ja gut, wir sind 21 Jahre auseinander, haben wir vorhin gerade mal so quer kalkuliert und ja, worum geht es in diesen 21 Jahren? All das Unterschied passiert viel im Leben. Und viele Dinge, die passieren, sind wundervoll und schön und manche Dinge, die im Leben passieren, sind nicht so toll und verletzend. Und oftmals ist es auch so, dass uns einfach in jungen Jahren, in der Kindheit oder ähnlichem einfach Situationen begegnet sind, die Verletzungen angerichtet haben. Und bei mir war es so. Das ist der Hintergrund. Ich habe halt die letzten vier, fünf Jahre, ich sage mal aktiv die letzten zweieinhalb Jahre, habe die letzten vier, fünf Jahre mich sehr viel mit mir beschäftigt und habe mich sehr viel mit mir auseinandergesetzt. Nicht, weil ich da total Bock drauf hatte, sondern weil es notwendig war, weil ich gewisse Dinge in mir aufräumen musste. Ich hatte viele kindliche und jugendliche Verletzungen in mir angelegt, selber angelegt. Das legt letzten Endes, und das ist was, was wichtig ist. Und auch zu merken, es legt letzten Endes jeder selber in einem an. Dir passieren natürlich im Außen Dinge, die du vielleicht nicht deuten und erklären und vielleicht auch nicht verstehen kannst. Aber Fakt ist, dass die Verletzung in dir von dir angelegt ist und auch von dir wieder entfernt werden kann, darf, möchte, muss, sollte. Wie wollen wir es definieren? Richtig. Ich habe mir das zur Aufgabe gemacht. Ich habe mir genau das zur Aufgabe gemacht, zu sagen, ey, Alter, irgendwas stimmt nicht. Du bist, ich bin dato jetzt irgendwo zwölf Jahre selbstständig. Ich habe viel erreicht im Leben, ich habe viel gemacht im Leben. Ich habe tausend verschiedene Dinge gemacht. Übertrieben jetzt, natürlich im Wortlaut, aber gefühlt ist es so. Ja, auch von, was ich auch noch gefühlt habe. Du kennst mich zehn Jahre. Zehn Jahre lang kennen wir uns und hast das irgendwo alles mitverfolgt und miterlebt. Und in diesen, gerade in den letzten zehn Jahren ist unheimlich viel Business abgegangen und Geschäft abgegangen. Warum? Weil ich natürlich zum einen Geld verdienen wollte, zum anderen aber auch, weil mich irgendwie ein Stück weit was getrieben hat, was ich jetzt im Nachgang als Selbstverwirklichung erkenne. Ich habe viel Geschäft gemacht, ich habe viel Business gemacht. Ich war auch mit jedem der Geschäfte erfolgreich. Das muss man so sagen, wie es ist. Ich kenne auch gute und schlechte Zeiten. Das gehört zum Leben und zum Geschäfte machen dazu. Aber Fakt ist, ich habe mich zwölf Jahre lang durch das, was ich tat, ernähren können, habe mir ein Leben aufbauen können und habe damit auch funktioniert, sehr gut funktioniert. Habe aber jedes Mal festgestellt oder habe irgendwann beim Geschäfte machen einfach festgestellt, dass ich nicht glücklich bin. Und dieses nicht glücklich sein hat mich immer wieder zum Umdenken animiert. Das heißt also, ich habe Katerings gemacht, wir haben Cocktailbars gemacht, wir haben Hotels saniert, wir haben ein Franchise-Geschäft aufgebaut. Wir haben ganz, ganz viele Dinge in die Welt gebracht, die viel Spaß gemacht haben. Ich denke, das war auch genau der Punkt, dass du gesagt hast, dass du nie glücklich warst und nie genau wusstest, was will ich eigentlich genau. Und es ist deswegen so viele Sachen gemacht. Ja, richtig. Das war auch schon eine andere Geschichte. Richtig. Erfolgreich bist du dann, wenn du dich damit ernähren kannst und wenn du deinen Lebensunterhalt damit gestreitest. Und ich glaube, richtiger Erfolg ist, wenn der Spaß einkehrt. Und genau das ist der Punkt. Wenn Spaß kommt und wenn das Herz glüht für das, was du tust. Das ist der Punkt.